Länger arbeiten, weil es Spaß macht. Ältere Beschäftigte länger in der Organisation zu halten, zu motivieren und gesund bis zum tatsächlichen Ruhestand zu beschäftigen, erfordert eine besondere Betrachtung des relevanten Personalmanagements. Eine Podcast-Reihe mit Prof. Dr. Jürgen Deller und Bastian Schöttler, unterstützt durch den Goinger Kreis e.V. und die Leuphana Universität Lüneburg. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, inwieweit sich Erkenntnisse aus dem LLWI auf andere Beschäftigte, also nicht die Älteren, übertragen lassen. Gast bei uns ist Florentina Fuchs, die ich bei einem Panel-Talk zu Diversität kennengelernt habe. Florentina, Möchtest du dich vielleicht unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen? Gerne. Ja, ich bin Florentina Fuchs und schön, dass wir uns bei dem Panel-Talk auch kennengelernt haben. Freue ich mich, wo es unter anderem auch um das große Thema Diversität ging, wo wir auch im Verlauf des Podcasts auch darauf eingehen werden. Ja, ich würde sagen, ich gehe so ein paar Schritte zurück, weil ich eigentlich aus der Welt des Sports komme, beziehungsweise des Leistungssports. Ich habe ganz, ganz lange Leichtathletik-Siebenkampf gemacht, was ich sagen würde, mich bis heute eigentlich begleitet, auch wenn ich heute keinen Sport mehr per se professionell mache, aber mich sehr viel aus der Welt nach wie vor begleitet. Hatte dann unter anderem auch verschiedenste Stationen bei IBM, bei der Deutschen Bank, bei Closed, wo ich immer wieder auch das Thema HR, HR-Strategie, Learning and Development begleitet habe, mitentwickelt habe, aufgebaut habe. Und ja, deswegen bin ich heute, arbeite ich in einem sehr zukunftsweisenden und sehr zukunftsdenkenden Unternehmen und zwar Forever Day One. Das steckt schon im Namen. Wir sind eine Learning Design Company, die eben Unternehmen auf ihrem Weg zur lernenden Organisation begleiten. Da steckt viel dahinter, gehen wir sicherlich auch noch darauf ein. Und ja, deswegen ist Lernen für mich auch definitiv ein großer Part, wenn wir Diversität diskutieren. Deswegen freue ich mich, heute hier zu sein. Ja, ich danke dir erstmal für das Stichwort Diversität. Was war dein erster Berührungspunkt mit Diversität? Ja, gute Frage. Ich würde da auch tatsächlich wieder auf meine Sportkarriere zurückblicken, weil da, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so denkt, Diversität eine riesengroße Rolle spielt. Natürlich ist auch, wenn ich eine Einzelsportart betrieben habe, ist man letztendlich immer Teil etwas Größeren eines Teams. Und auch da kamen schon sehr unterschiedliche SportlerInnen zusammen aus unterschiedlichsten Bereichen, aus unterschiedlichsten Ländern. Und so war ich eigentlich von früh auf immer mit sehr unterschiedlichen Charakteren auch zusammen auf dem Sportplatz. Und ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, weil man sich da sehr, sehr gut kennenlernt. So man muss sich vertrauen im Team, wirklich blind vertrauen. Man kämpft gemeinsam, man siegt gemeinsam, man verliert auch mal gemeinsam. Und das schweißt sehr, sehr zusammen. Also das würde ich sagen, war so meine erste und auch tiefgründigste Erfahrung mit Diversität. Und dann natürlich Adidas als mein erster Arbeitgeber. Der würde ich sagen, nach wie vor eine der diversesten Arbeitgeber in Deutschland, wenn nicht in Europa ist. Ich glaube, aktuell arbeiten über 60 Nationen am Standort Herzogenaurach. Und ja, ich kenne es tatsächlich auch gar nicht anders, als in einem sehr diversen Arbeitsumfeld zu arbeiten. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich finde das eine sehr spannende Konstellation heute mit Frau Wuchs hier am Mikrofon, weil wir auf eine andere Art und Weise auf das Thema Arbeit und Arbeitsrahmenbedingungen schauen können. Nämlich auf eine diversere Art und Weise. Wir haben ja bisher in der Podcast-Reihe eher über ältere Menschen gesprochen. Und wie gestalten wir eigentlich Arbeit für ältere Menschen oder für alternde Menschen. Und vielleicht ist das alternd für uns schon die Brücke, über die wir gehen können, weil niemand wird alt geboren, sondern wir werden alle jeden Tag, einen Tag älter. Und man kann ja jetzt gedanklich die Reise machen in die Zeit, in der Frau Fuchs aktive Leistungssportlerin war. Das heißt, wir würden zurückgehen in der Zeit und uns die Menschen anschauen. Manchmal wird dieser Begriff Generation genutzt, die jünger sind. Und wenn wir dann auf die Themen gucken, die der Index berührt, können wir uns auch die Fragen stellen, was wäre denn anders für Jüngere? Was müssten wir als Wissenschaftler anpassen, damit Jüngere sich auch da wiederfinden können, auch in ihren Rahmenbedingungen für Arbeit? Und das fände ich, wäre was Spannendes, was wir besprechen könnten, wo wir drauf gucken können und sagen, sind denn jüngere Menschen andere Menschen als ältere Menschen? Oder haben die vielleicht sogar was gemeinsam? Und da würde mich Ihre Perspektive sehr interessieren. Also erstmal glaube ich, kann man sehr, sehr viel davon auch nicht pauschalisieren und sollte man auch nicht pauschalisieren. Gerade wenn man viel über Jung und Alt spricht. Ich sage das auch immer in so Anführungszeichen Jung und Alt. Gerade weil wir einfach in einem riesengroßen Wandel, wenn nicht vielleicht in einem größten Wandel, wo wir jemals waren, einfach stecken in dieser Arbeitswelt. Sprich, eigentlich wissen wir heute vielleicht ziemlich wenig darüber, was in zehn Jahren in dieser Arbeitswelt passiert, welche Rollen existieren, welche Skills existieren. Und das hat für mich gleichzeitig auch mit dem Thema Alter zu tun. Dass eigentlich so dieses, ja, der Term Alt und Jung vielleicht auch einfach neu gedacht werden muss. Weil ich habe mit in meinen bisherigen Stationen mit sehr vielen älteren und sehr vielen jungen Arbeitnehmerinnen zusammengearbeitet. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, wir sind am Ende gar nicht so unterschiedlich, wie man das vielleicht glaubt. Aber gewisse Bedingungen müssen eben geschaffen werden. Und auch der Raum dafür. Und ich glaube, das ist schon mal so ein erster Impuls, den ich auch gerne mitgeben möchte. Ich glaube, der Raum und der Kontext ist total wichtig, auch die jungen Menschen mit den älteren Menschen, also wenn ich es jetzt mal wieder in Anführungszeichen sage, auch aktiv zusammenzubringen. Und für mich haben da Unternehmen einen klaren Auftrag, auch das zu tun. So wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über das Thema Remote Work gesprochen. Da ist es sicherlich auch nochmal eine Schwierigkeit mehr, auch die Menschen wirklich aktiv zusammenzubringen. Aber es ist, glaube ich, nicht unmöglich. Also das schon mal als erster Impuls. Raum, super wichtig zum Zusammenbringen. Und natürlich spielt der Kontext auch eine ganz große Rolle. Natürlich sind wir, so jetzt bin ich Jahrgang 1996, wir sind natürlich in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Und bislang, ich meine, das hat sich natürlich jetzt auch in den letzten Jahren verändert, bin ich in einer Zeit aufgewachsen, in der eigentlich per se Frieden herrschte. So. Und das ändert sich jetzt alles. Und ich glaube, darauf auch noch genauer einzugehen, ist spannend. Wenn wir auf das schauen, was Menschen erwarten von Arbeit, dann haben Sie gerade gesagt, da müssen wir auch auf diese Räume achten, in denen Jüngere unterwegs sind. Das haben wir in dem Index gar nicht getan. Wir haben ja nur auf 50 plus geguckt. Wenn wir das jetzt mal übersetzen wollen, dann wäre 50 plus heute minus 50. Also das wären so mit 70 Geborene. Das wären die 50 plus Leute oder früher. Das heißt, zu ihrer Generation fehlt uns ja im Grunde eine ganze Generation. Die ist ja nicht dabei. Also diese Generation, die diese Generation jünger ist, wo sehen Sie da die Hauptstellhebel dafür, dass jemand gerne sich engagiert, gerne zur Arbeit geht? Was könnte das sein? Es gibt ja sehr, sehr viele Artikel und Meinungen, gerade so zu dem Thema Chen Y und Chen Z. Ich finde, da muss man auch sehr aufpassen, weil es auch schnell in das Schubladendenken geht. Ich glaube, was einfach ein zentraler Punkt ist und das höre ich irgendwie oftmals so als Satz, ihr lasst euch ja nichts mehr sagen. So, ihr seid irgendwie, ihr habt so eure Idee und zieht es durch. Und ich glaube, das ist was total Gutes, dass vielleicht sich einige nichts mehr sagen lassen im Sinne von, wir machen jetzt hier nicht alles, weil wir auch einfach Dinge vielleicht anders denken und schon anders erlebt haben und vielleicht auch einen anderen Blick dafür haben. Und eine zentrale These, die mir dazu auch einfällt, ist, wir wollen einfach einen echten Beitrag leisten. So, und das muss ich jetzt aussprechen, das Wort, keine Bullshit-Arbeit mehr leisten, die vielleicht auch in gewisser Hinsicht irgendwie an der einen oder anderen Stelle nach wie vor geleistet wird. Und es wird halt einfach immer mehr in Frage gestellt. Also, so dieses, dieser erste Punkt, einen echten Beitrag leisten, wirklich Teil des Teams zu sein, gehört zu werden, auch Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Also, es sind nicht die extrinsischen Faktoren wie ein tolles Gehalten, Dienstwagen und so weiter. Ich hatte neulich mal eine Diskussion über das Thema Dienstwagen. Und also, das kommt bei mir gar nicht mehr vor, ehrlich gesagt, in der Wunschliste, nenne ich es jetzt mal, sondern wirklich diese weichen Faktoren. Und gleichzeitig, also für mich ist auch ein Riesenpunkt das Thema Verantwortung übernehmen. So, jetzt durfte ich schon in frühen Jahren sehr viel Verantwortung übernehmen in meinen ganzen Stationen bis heute. Und das ist eigentlich, also nehme ich immer als sehr, sehr gewinnbringend für beide Parteien eigentlich wahr. Mir fallen ein paar Fragen ein. Und die erste, die hängt so ein bisschen an dem, was sie eigentlich nicht sagen wollten, aber dann doch gesagt haben. Nämlich, wer macht denn dann die Bullshit-Arbeit? Oder ist das die falsche Frage? Braucht es die Bullshit-Arbeit und wer macht sie dann? Ja. Oder ist es nicht so, dass wir genau aufgrund dieser Frage darauf gestoßen werden, zu sagen, darüber nachzudenken, muss das eigentlich tatsächlich sein? Ja, oder wie teilen wir, wie gestalten wir Arbeit überhaupt und teilen sie dann auf unter den Teammitgliedern? Ja, und sind ältere Menschen dafür auch empfänglich? Weil du sagtest, dass das sozusagen eine Fragestellung war, so hatte ich das verstanden, unter jüngeren Menschen. Aber ist es nicht so, dass Ältere sich dann vielleicht auch plötzlich darüber Gedanken machen, muss ich das eigentlich tun? Ist es sinnvoll, das zu tun? Mache ich mir nicht vielleicht überhaupt Gedanken über eine Arbeit und bin nicht einfach irgendwann zu Mercedes gegangen, weil es schick war damals und bin da nie wieder weggegangen oder zu Opel oder zu Ford oder zu wer noch immer. Ja, aber das hat Florentina ja gerade gesagt. Das war früher mal diese extrinsische Motivation. Die intrinsische ist ja eine ganz andere. Zu sagen, kann ich meinen Arbeitsplatz so gestalten, was wir beide ja auch schon mal besprochen hatten, Herr Professor und ich, dass Arbeitsplätze so gestaltet werden, der Persönlichkeit des Menschen angepasst zu werden. Und da ist eben jetzt dann die Frage, die Sie ja auch gerade so angedeutet haben, ist das, trifft das nicht für junge Menschen genauso zu wie für ältere Menschen? Also ich glaube, das Thema Arbeitsplatz und du hattest jetzt schon das Wort gestalten benutzt, spielt eine extrem große Rolle. So jeder, also vielleicht nicht jeder und jeder, aber sehr, sehr viele, egal welchen Alter, es haben ja das Bedürfnis zu gestalten. Und für mich bedeutet gestalten auch gleichzeitig gebraucht zu werden. So ich glaube, dieses Gebrauchtwerden und zu wissen, hey, ich habe hier meinen Platz und das ist richtig, ist auch keine Altersfrage, im Gegenteil, weil wer gebraucht wird und weiß, hey, ich kann hier einen richtigen und echten Beitrag leisten, leistet meines Erachtens auch einfach die bessere Arbeit. Und dann stellen wir uns vielleicht gar nicht mehr diese Bullshit-Frage. Und diese Bullshit-Frage stellt für mich noch was ganz, ganz Grundlegenderes dar. Einfach eine ganz andere Frage, die wir uns heute stellen müssen. Wie definieren wir für uns eigentlich gute Arbeit? Und ich glaube, wir sind da noch sehr, sehr in den Anfängen. Wir sind da in Deutschland teilweise noch sehr konservativ, was das angeht. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft. Und natürlich auch dieser Raum, den genau diese Zusammenkunft zwischen Jüngeren und Älteren auch füllen können. Genau darauf auch Antworten zu geben, hey, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten? Da haben wir ja beim Later Life Workplace Index uns auch Gedanken zugemacht. Und wir haben zum Beispiel sowas definiert wie Work Design. Also wie gestalte ich Arbeit? Welche Freiheitsgrade sind da drin? Also im Grunde Gestaltungspunkte, aber auch beim Führungsthema. So eine Führungskraft. Was bedeutet das eigentlich? Wie viel Kommunikation ist denn da drin? Was heißt das für unseren Kontakt, den persönlichen, den wir haben? Haben wir den persönlich? Haben wir den remote? Wie oft haben wir den? Zu welchen Themen haben wir den? Und auch ist das top-down oder kann das auch bottom-up sein? Also können beide Beteiligten sich auch äußern? Ich glaube, da wäre schon sowas wie ein Rahmen, den man ausfüllen kann. Und bei dem Thema Wissenstransfer zum Beispiel, da haben wir ganz explizit gesagt, beide Partner in so einer Kommunikation, ob sie direkt aus der Ausbildung kommen oder von der Hochschule kommen oder ob sie schon 30, 40, 45 Jahre im Beruf sind, Beide haben spezifisches Wissen, das wir brauchen können, um die Aufgaben zu erledigen. Und das heißt, und das haben Sie vorhin auch schon gesagt, wir müssen zusammenkommen, wir müssen miteinander reden, wir müssen aushandeln, wie wir umgehen mit den Aufgaben, die wir haben. Und das heißt, dass jeder und jede Kompetenzenfähigkeiten einbringen können in die Lösung von Aufgaben, wenn wir uns denn lassen. Genau, das ist das Thema, wenn wir uns lassen und wenn wir dafür auch bereit sind und die Voraussetzungen auch dafür schaffen. Ich glaube, es ist auf ganz vielen verschiedenen Meta-Ebenen, muss man das betrachten. Erstens, Unternehmen haben da meines Erachtens ein klares Mandat, das zu sehen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben und auch dementsprechend irgendwie die Infrastruktur, die Umgebung zu schaffen. Aber ich mag einfach diese Konsumentenhaltung nicht so gerne, dass irgendwie zu sagen, ja, Unternehmen macht schon, ich gehe halt hin oder nicht. Sondern im Gegenteil, ich finde, gerade in dieser jetzigen Phase hat jeder und jeder einfach auch ein Mandat, in der Hinsicht einfach zu sagen, ja, wir probieren es aus, ja, wir machen es, ja, wir gehen diesen gemeinsamen Weg. Vielleicht ein kurzes Beispiel dazu, ich war am Wochenende in einer Ausstellung in den Deichtorhallen hier in Hamburg und die Ausstellung heißt, die auch gerade noch läuft, How to Survive in the 21st Century. Und da wurden ganz, ganz zentrale Fragestellungen von KünstlerInnen aufgegriffen, wie zum Beispiel, was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit, was bedeutet eigentlich Demokratie, was bedeutet Digitalisierung und das künstlerisch quasi dargestellt, sei es in Skulpturen, sei es in Malerei, wie auch immer. Und für mich war, unabhängig davon, dass es eine sehr gute Ausstellung war, für mich war eher der spannende Punkt zu sehen. Es waren ganz unterschiedliche Altersgruppen dort vor Ort und die hatten in der Mitte, war so ein Workshop, ja, so eine Workshop-Area aufgebaut, wo auch tatsächlich gerade ein Workshop-Live stattgefunden hat, wo einfach verschiedenste Generationen an einem Tisch saßen und zusammen was erarbeitet, entwickelt haben, Prototypen gebaut haben und das war für mich auch wieder so sinnbildlich, es funktioniert. Also der Raum schafft einfach diese Verbindung und die Kultur, dass einfach verschiedenste Menschen unterschiedlichen Hintergrunds, Alter, wie auch immer, verschiedener Dimensionen einfach zusammenkommen. Und so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, gab es da einfach sehr viel Lacher, viel Spaß, viel Austausch, viel Interaktion. Und genau da müssen wir, glaube ich, hin, auch einfach diese Leichtigkeit auch wieder reinzubekommen in diesen Unternehmensalltag, dass es auch Spaß macht, zusammenzukommen. Und es muss Spaß machen. Ja. Und zwar jedem, ja, das löst ja bei uns allen was aus, wenn es Spaß macht. Auf jeden Fall. Und dann erübelt sich, glaube ich, auch die Frage, ob das bei älteren Menschen, ob die eine ganz andere Art der Motivation bräuchten als jüngere Menschen oder andere Formen der Diversität anders beachtet werden müssten oder ob man sie nicht einfach alle gleich beachtet. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, die wir jetzt auch stellen wollen an dich, an die sehr viel jüngere Generation zu sagen, wenn diese Forschungsergebnisse, das, was du gesagt hast, Unternehmen haben eine gewisse Verpflichtung und haben auch ihre Arbeitnehmer auszustatten und denen Möglichkeiten zu geben. Aber trifft das, was wir erforscht haben, ältere Menschen? Oder trifft das nicht genauso auch jüngere Menschen? Und trifft das nicht alle Arten von Menschen? Es gibt ja die verschiedensten Formen von Diversität und nicht nur Altersdiversität, sondern auch Geschlechterdiversität etc. 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 Ich will jetzt gar nicht alle aufzeichnen. Ja, ich verbinde den Index eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Lebenszyklus. Unterschiedliche Generationen sind vielleicht an unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere, in ihrem Leben, also sei es privat oder beruflich. Und ich glaube, das kann man super gut auch auf den Index übertragen. Also von daher hat es mich eigentlich eher gewundert, dass es nicht für alle per se ist, so auf den ersten Blick. Weil für mich war so mein erstes Gefühl, ich kann mich mit den einzelnen Säulen sehr, sehr gut identifizieren. Und davon wird sehr, sehr viel abgebildet, wonach sich meiner Meinung nach einfach noch mehr auch gerichtet werden sollte, was das Thema auch Neues Arbeiten angeht, weil es halt eben diese Klarheit über die Strukturen auch gibt. Neues Arbeiten ist ja einfach der Modebegriff schlechthin, glaube ich, im HR gerade und darüber hinaus. Aber gerade der Index, finde ich, gibt einfach sehr viel Tiefe. Und deswegen ist es für alle, wirklich für alle relevant. Also dieses lebensphasenübergreifende im Grunde. Und wenn ich auf das schaue, was wir gemacht haben bisher und auch auf Ihre Impulse schaue, dann gefällt mir vor allem dieses Thema, das Sie gerade eben sehr deutlich gemacht haben, dass jede Person in einer Organisation auch eine Verantwortung hat. Und dass man nicht nur so quasi Bashing macht auf A, B oder C, den schlechten Vorgesetzten, die Organisation, die Kolleginnen, Kollegen, wer weiß. Also Bäschen kann man eh jenen. Sondern dass man ganz im Gegenteil guckt, und vielleicht ist das ein bisschen auch Leistungssport bei Ihnen. Was kann ich tun, um beizutragen, dass wir besser werden? Und was kann auch meine Rolle sein? Unabhängig vom Alter. Mit dem, was ich mitbringe. Und vielleicht bringe ich nicht die vertiefte Fachkenntnis mit ganz zu Anfang, die die Leute haben, die Experten sind in Feldern nach 30 Jahren oder so. Das kann ich gar nicht mitbringen. Aber ich kann vielleicht eine andere Form der Kooperationsbereitschaft mitbringen. Ich kann eine Emotionalität mitbringen. Oder Wissbegierigkeit. Was hast du denn gelernt? Zeig es mir und es interessiert mich, was du tust. Und ich kann Fragen stellen zum Beispiel, die dann alle auch weiterbringen können. Genau. Und jetzt wurde ein gutes Wort genannt in dem Kontext, und zwar Rollen. Und das Bewusstsein über Rollen. Und ich glaube, dass teilweise dieses Bewusstsein auch noch gar nicht so da ist in den Organisationen. Und ich finde, das ist auch wieder keine Altersfrage des Rollenverständnisses. Im Gegenteil. So wie Sie schon gesagt haben, das Thema Wissenstransfer super wichtig. Und ich glaube, das einfach noch in den Köpfen auch zu verankern, wie wichtig es eigentlich auch ist, das Thema Wissenstransfer auch generationenübergreifend zu denken, weil anders funktioniert es nicht. Und wenn man jetzt einfach mal auf 2030 und darüber hinaus blickt, wir werden eine Riesenlücke am Arbeitsmarkt haben, ob wir wollen oder nicht. So, wir sprechen über 5 Millionen ArbeitnehmerInnen, die fehlen werden auf dem deutschen Arbeitsmarkt bis 2030. Ja, jedes Jahr ungefähr 500.000. Genau. Ja, sprich, wir müssen diese Lücke irgendwie versuchen zu schließen, die sich gar nicht richtig schließen lässt. Aber ich glaube, dennoch spielt dieses Rollenbewusstsein auch der ArbeitnehmerInnen eine Riesenrolle. So, hey, ich trage eine Verantwortung, auch in den nächsten Jahren, schon heute auch Wissen weiterzugeben. So auch ein gutes Beispiel, auch aus meinem bisherigen Station, ist einfach das Prinzip des Reverse-Mentorings. Ich mag das total gerne. Also Size-Mentorings oder auch Reverse-Mentorings. Man muss immer dazu sagen, wenn man es dann auch richtig lebt, es ist ja auch so ein Modebegriff, aber ich bin nach wie vor mit vielen meiner ehemaligen Kollegen und Kolleginnen auch im aktiven Austausch, auch mit ehemaligen Führungskräften im Austausch, was sehr, sehr hilft, auch über die Unternehmen hinweg. Und ich glaube, das ist ein weiterer Impuls, auch weiterzudenken, unternehmensübergreifend auch zu denken, wenn wir genau diese Fragen, die wir ja auch in einem Podcast diskutieren, die passieren nicht im stillen Kämmerlein, im Gegenteil. Also da muss, finde ich, wir brauchen da einfach noch mehr Speed auf der Straße, wir brauchen mehr Kreativität, wir brauchen mehr Ideen auch für dieses Land, wie wir einfach diese Themen auch verankern können. Wie können wir das sicherstellen? Was können wir tun in Organisationen, damit das wirklich passiert? Ja, ich glaube, der erste Punkt, klingt so simpel, aber sehr schwer, ist Ehrlichkeit. So ehrlich, erst mal über Themen zu sprechen und Herausforderungen, die vielleicht noch nicht so klar sind. Und da ist eben das eine Thema auch Altersbashing. Es ist einfach so, mir ist auch auf vielen meiner Stationen bislang vorgekommen, dass viele ältere Kolleginnen und Kollegen auch gesagt haben, hey Florentina, ich fühle mich auf dem Abstellgleis, obwohl ich eigentlich noch total Bock habe, was zu reißen. Und gleichzeitig habe ich mit vielen jungen Menschen gesprochen, die gesagt haben, hey Florentina, ich habe das Gefühl, ich komme nie aus diesem Generationenkonflikt-Praktikum raus, obwohl ich jetzt schon fünf, sieben, wie auch immer Jahre fest in der Arbeitswelt bin. Aber ich mache nach wie vor die Prakti-Jobs. Also ich möchte jetzt da kein Praktikanten-Bashing machen, aber nur, genau, nur um das mal zu verdeutlichen. Und ich glaube, da erst mal anzufangen, darüber zu sprechen und nicht direkt an Schubladen zu denken, hilft extrem, um im zweiten Schritt auch über diese Räume und was wir auch gesprochen haben, diese Kontextarbeit überhaupt leisten zu können. Aber was ich oft auch den Eindruck habe, ist, dass Unternehmen ganz gerne für sich allein wirtschaften. Und jedes Unternehmen hat so seine eigene Burg und Feste und möchte eigentlich nicht, dass der Nachbar ihm über den Burggraben schaut und guckt, was er so tut. Faktisch ist es doch aber so, dass sich, wie du ja auch gerade sehr eindrücklich geschildert hast, die Arbeitswelt auch völlig verändert. Das heißt, natürlich habe ich meine eigene Unternehmensidee und natürlich habe ich mein eigenes Produkt, was ich rausbringe. Aber das Arbeiten an sich ist ja doch fast bei allen gleich. Mehr oder weniger, ja. Die würden sich mal gerne unterscheiden. Faktisch ist es ja aber nicht so. Sag mir, wenn ich mich da irre. Und ich glaube, weil Sie, Herr Professor, gerade ja gefragt haben, wie können wir das ändern, dass wir einfach mal diese Burggräben einreißen müssen oder diese Burgmauern einreißen müssen und sagen müssen, ja, Ehrlichkeit ist natürlich völlig richtig. Also ich muss dann auch ehrlich nicht die Absicht haben, dein Patent dir klauen zu wollen, sondern einfach zu sagen, wie können wir zum Beispiel auch Menschen, die sich vielleicht an der einen Stelle gar nicht wohlfühlen, weil sie da eine falsche Aufgabe haben, aber vielleicht in einem anderen Unternehmen, die eine ganz andere Aufgabe erheblich besser übernehmen können. Wäre das zum Beispiel was, um da hinzukommen, zu sagen, diese Mauern einzureißen und davon wegzukommen, alles meins, meins, meins? Ja, definitiv. Es ist sicherlich ein Erster. Also ich meine, es setzt natürlich schon sehr viel voraus, wo wir natürlich erst die Voraussetzungen schaffen müssen dafür in Deutschland. Und das, also um das jetzt mal auf eine Ebene höher zu setzen, geht es ja ganz viel um Transparenz. Und wer irgendwie so diesen First-Mover-Schritt wagt, quasi auch anders und neu zu denken. Natürlich sprechen wir auch immer aus dieser einen Wissensarbeitsperspektive. Also man muss auch einfach natürlich, wenn ich mich jetzt mal branchenübergreifend und auch wir haben vorhin über Non-Desk-Mitarbeitende gesprochen, so da sind natürlich auch nochmal andere Voraussetzungen gegeben. Das muss man auch immer einordnen. Aber sicherlich wäre das ein sehr, sehr guter erster Weg. Und es, wie du gesagt hast, letztendlich, und das merke ich sehr auch in den Unternehmen, wo wir eben beraten als Forever Day One. Die Unternehmen kämpfen mit den ähnlichen Herausforderungen, egal ob es kleinere oder größere Unternehmen sind. Und das ist gleichzeitig, glaube ich, auch eine große Chance, die wir auch nutzen können, gerade in den Themen, die du auch angesprochen hast. Und oft, das ist ein bisschen aus meiner praktischen Erfahrung, auch als Personaler, gibt es so dieses Not-Invented-Here-Syndrom. Wenn wir das nicht entwickelt haben, dann kann es auf uns nicht zutreffen. Dabei, wenn man von außen guckt, und wir gucken ja auch auf viele, so wie Sie ja auch als Berater, gucken ja auch viele verschiedene Organisationen. Und mein Eindruck ist immer, zu 90 Prozent sind die gleich, vielleicht sogar mehr als das. Und was können die voneinander lernen? Im Index nutzen wir das, indem wir Normgruppen aufbauen. Also wir gucken uns Unternehmen aus verschiedenen Branchen an und können dann einem Unternehmen sagen, oder einer Organisation sagen, breiter sind auch öffentliche dabei, da, wo ihr steht, sind die anderen 20, die wir auch noch haben in der Datenbank, da sind die besser auf der Dimension, aber schlechter auf einer anderen. Da seid ihr gut. Und da könnt ihr vielleicht auch was lernen von dem einen, und jemand anderes kann von euch was lernen, um das auch ein Stück zu unterstützen. Zu sagen, hier, hey, da sind Ideen, das sind nicht nur Ideen, die sind auch umgesetzt. Und bei der Umsetzung waren die Herausforderungen dabei, da muss man besonders drauf achten. Und so können Unternehmen oder Organisationen, breiter noch mal gesagt, voneinander wirklich lernen und auch gemeinsam. Und den Mehrwert sehen. Ja, den Mehrwert sehen, das und was andere auch getan haben, ohne dass man jetzt gleich über die Geschäftsgeheimnisse redet. Das ist nur die Organisationsform. Genau, und das steht für mich eigentlich darüber. Letztendlich haben wir ähnliche Geschäftsmodelle, ähnliche Organisationsmodelle, und warum das Wissen einfach auch nicht nutzen. So, und jetzt hatten wir kurz das Thema Mehrwert angesprochen. So, und ich glaube, um da auch wieder so den Bogen auch zum Thema Diversität zu spannen. Letztendlich ist einfach Diversität ein Treiber des Unternehmenserfolges. So, und ich glaube, das ist einfach noch wichtig, auch in den Köpfen zu verankern. Dass einfach Diversität, und da auch noch mal auf Forever Day One auch zu sprechen zu kommen. So, wir haben einfach erkannt, dass eben auch Diversität ist ein Schlüssel auf dem Weg zur lernenden Organisation. So, wir haben vorhin über veränderte Rollen, über veränderte Fähigkeiten gesprochen, die in den nächsten Jahren einfach noch zunehmen werden. So, und unter anderem, jetzt haben wir viel über Altersdiversität gesprochen, einfach verschiedene Generationen zusammenzubringen, zusammenzubringen, ist meines Erachtens auch DNA einer gut funktionierenden, lernenden Organisation. So, und da sollten wir meines Erachtens auch noch mehr Fokus drauflegen. So, warum ist Diversität eigentlich wirklich so wichtig, ohne sich direkt in der Tiefe zu vergraben? Und wie gestalten wir sie dann auch? Also, ich finde, Diversität an und für sich ist ja auch was, was man gestalten kann. Wir haben ein Forschungsprojekt gemacht zu sogenannten Diversity Fault Lines. Also, wie kann ich Diversität vorfinden in einer Organisation und es funktioniert trotzdem nicht? Weil zum Beispiel die eine Funktion im Unternehmen aus einer ganz anderen Welt kommt, also 20 Jahre früher oder später ausgebildet worden ist als die andere. Und wenn das dann auch noch alles Männer und Frauen sind, die auch nicht gemischt sind, also alte Männer, junge Frauen oder junge Männer, alte Frauen, und das auch noch in den Funktionen, dann habe ich gar keine Durchmischung, sondern dann habe ich eher was, was sehr stabil ist. Und das will ich eigentlich gar nicht. Das brauche ich auch nicht, weil ich brauche immer wieder neue Ideen. Und die Funktionen müssen sich ja auch wieder neu finden und neu durchmischen. Und wir haben Junge und Ältere zusammen und wir haben Männer und Frauen zusammen oder andere Geschlechter. Also mischen die, damit es überhaupt zu diesem gestalteten Informationsaustausch kommen kann, den wir brauchen. Auch für das, haben Sie gerade eben gesagt, für das Nachwachsen. Wen rekrutieren wir denn? In welchen Altersgruppen? Für welche Funktionen in der Organisation? Auch das kann ja einem Plan folgen. Und aus meiner Sicht sollte es auch einem Plan folgen. Und wen bauen wir auch langfristig auf? So, das ist, glaube ich, auch wichtig. Vielleicht ein ganz persönliches Beispiel. Auch meine Mutter und ich haben beide festgestellt, also ich glaube, unterschiedlicher kann es in der Führungslaufbahn per se nicht sein, weil meine Mama relativ spät Führungskraft wurde, weil sie sich damals, ich meine, es waren leider noch keine Zeiten, wo Kind und Karriere gut vereinbar, war, meine Mama hat sich für das Kind entschieden und nicht für die Führungslaufbahn und hat dann aber später, als ich dann älter wurde, dann doch die Führungslaufbahn eingeschlagen. Und wir haben beide festgestellt, so wir sind in ganz unterschiedlichen Welten aufgewachsen, was das Thema Führung eigentlich bedeutet. So jetzt bin ich irgendwie sehr früh Führungskraft geworden, habe vielleicht auch mit der einen oder anderen Herausforderung zu kämpfen, aber es ist total interessant, dass sich die Herausforderungen sind, also die ähneln sich total, egal ob es eine Führungskraft ist, die jetzt 60 ist oder in meinem Alter ist. Und ich glaube, das ist auch spannend wieder, weil wir sehr viel über Unterschiede sprechen, aber gleichzeitig eben auch trotzdem so viele Gemeinsamkeiten da sind, was sehr, sehr interessant ist. Die aus der Rolle auch kommen. Die aus der Rolle kommen, genau. Der Rolle, ich muss einfach koordinieren, ich muss Leute anleiten, ich muss auch mal nachhaken, ich muss mich kümmern, muss mal nachfragen, wie geht es dir, um so das Ziel auch zu erreichen. Und das ist unerheblich, wie alt man dafür ist. Also welches Lebensalter man hat, das hängt von anderen Aspekten ab. Und das ist für mich so ein bisschen auch Quintessenz von unserer Arbeit bei dem Index. Wenn wir uns fragen, welche dieser Dimensionen sind denn eigentlich die wichtigsten, damit man erfolgreich ist als Organisation, würde ich immer sagen, da haben wir jetzt keine Daten, ja, sondern das ist wirklich aus der Erfahrung mit den Organisationen, das ist der Bereich Führungsqualität. Wie funktioniert Führung? Und Führung, das haben Sie ja gerade gesagt, das kann man machen, ob man 60 ist oder nicht mal die Hälfte, ja. Das geht in einer Organisation, die das zulässt. Und wenn sie es nicht zulässt. Oder will. Oder, ja. Und versteht. Noch mehr als das, ja. Und auch dieses Verständnis hat, das Sie haben, ja. Zu sagen, wir, auch junge Leute suchen Herausforderungen. Und Führung, das wissen wir alle, ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Und die muss man lernen, so wie Sie es auch gesagt haben. Man muss da rangeführt werden. Das ist ein Stück persönliche Entwicklung auch, die man da macht. So nennen wir das in dem Index, eine persönliche Entwicklung. Und das ist ganz wichtig. Und da können wir noch viel besser werden. Ja, plus die Rolle von Führung verändert sich ja auch grundlegend. Und ich glaube, das ist auch wieder eine große Chance, die wir nutzen sollten, auch Generationen zusammenzubringen. So, weil da ist das eine Thema Führung, was bedeutet auch Wissen, viel Wissen, viel Erfahrung zu haben. Ich meine, früher war eine klassische Führungskraft eigentlich die, die viel Wissen hatte oder die, die das meiste Wissen hatte, die schon lange im Unternehmen ist. und dann automatisch qua ihrer Betriebszugehörigkeit aufgestiegen ist. So, heute ist das anders. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir heute vielleicht gar nicht wissen, welche Skills in 10, 15, 20 Jahren relevant sind. So, wie will ich dann sicherstellen, dass die richtigen Menschen in den richtigen Positionen auch befördert werden, im Gegenteil. Und ich glaube, das ist auch eine große Chance für junge Menschen, auch früh, wenn sie es wollen, auch in eine gewisse Führungslaufbahn zu kommen, weil eben ganz andere Fähigkeiten heute am Markt gefragt sind, wie sie vielleicht noch irgendwie in einem klassischen Führungsverständnis vor x Jahren gefragt waren. Aber ich glaube, dass es dabei dann aber auch unheimlich wichtig ist, dass die ältere Generation versteht, dass Führung eben genau nicht bedeutet, jetzt eine machende Kompetenz zu haben, also eine beratende oder Tätigkeitskompetenz zu haben, sondern Führungskompetenz zu haben. Und ich glaube, dass viele Unternehmen deshalb Angst haben, jüngere Menschen als Führungskraft einzusetzen, weil sie Angst davor haben, dass die Älteren sich von den Jungen nichts sagen lassen wollen. Das wird ja auch oft so tatsächlich auch formuliert. Da muss sie das als Organisation vorleben. Und das ist was, was sie wollen. Genau. Aber das ist ja das, was Sie gerade gesagt haben. Da kommt es ja auf die Führungskraft auch selber. Oder die übergeordneten Führungskraft sind. Genau. Die Führungskraft und die Organisation, die die Kultur haben sollte und vorlebt, dass wir das wollen, dass Menschen unterschiedlichen Alters in dieser Funktion unterwegs sind. Und dass wir damit auch erfolgreich werden, das auch zeigen zu können. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, wir stehen da ja wirklich eher am Anfang. Es gibt schon viel Literatur dazu. Es wird sehr viel über Leadership gesprochen. Aber was ich einfach auch merke, am besten ist es, eigene Erfahrungen zu sammeln. Als Individuum, als auch als Organisation. Und wir sind nun mal jetzt einfach in der neuen Führungsära einfach angekommen. Und ich glaube, da spielt einfach auch der ehrliche und transparente Austausch eine extrem große Rolle. Und gleichzeitig auch wieder der Punkt, den ich vorhin auch schon genannt hatte, Ehrlichkeit und Transparenz. Weil ja, natürlich wird immer gern über Erfolg gesprochen, aber weniger über Misserfolg. Und das meinte ich auch vorhin, ich sehe sehr viele Brücken auch zu der Zeit meines Leistungssports. Natürlich gewinnt man als Sportler in Lieber, als dass man verliert. Aber das Verlieren gehört genauso dazu. Und ich glaube, das gehört auch in dem Thema Führung dazu. Und das meinte ich auch vorhin, mit was sich grundlegend ändert, ist einfach sich auch sehr, sehr transparent vorhin hinzustellen und über genau das zu sprechen. Und zwar auch über Misserfolge und über Fehler und was nicht so gut geklappt hat. Und ich glaube, das ist ein Mindset-Shift. Und das gehört für mich auch wieder eigentlich in den Index mit rein, so dieses Thema Haltung. Ja, und wie gehe ich um mit Erfolg? Wie gehe ich um mit Misserfolg? Und Sie als Leistungssportlerin in Ihrer alten Welt, in der Sie unterwegs waren, wovon haben Sie denn am meisten gelernt? Was hat Ihnen am meisten, ja, ich sage mal, Herausforderungen, vielleicht auch, ist Ihnen gar nicht so leicht gefallen, damit umzugehen? Also was sind diese Lernmomente gewesen, wenn Sie sowas machen würden wie eine Lernskala? Wobei habe ich eigentlich am meisten gelernt? Und wo habe ich nicht so viel gelernt? Ja, also tatsächlich, wo ich eigentlich am meisten gelernt habe, war tatsächlich mit den Misserfolgen umzugehen. So, was bedeutet es, wenn man Wochen, Monate, jahrelang auf etwas hingearbeitet hat und dann auf einmal der Körper an dem einen Tag, an dem einen wichtigen nicht so mitspielt? So, oder was passiert, wenn man im Startblock steht und einfach nicht die Leistung abrufen kann, für die man einfach wirklich lange, lange trainiert hat? So, und gleichzeitig ist der zweite Punkt, glaube ich, wo ich am meisten draus ziehen konnte, es niemals aufzugeben. Und auch das Gute am Ende irgendwie zu sehen und dran zu bleiben und auch über Grenzen hinweg zu gehen. Und ich glaube, das ist auch ein zentraler Punkt hier in Deutschland. Ich habe jetzt in den letzten Wochen einige Zeit in China verbracht. Ich war in Shanghai unterwegs. Und was ich da gemerkt habe, ist einfach, wir müssen einfach wieder mutiger werden. Und wir müssen einfach wieder irgendwie leichter werden, im Sinne von auch positiv in die Zukunft zu schauen. So, und das auch nochmal mit der Brücke auch Richtung Leistungssport zu bauen. So, dieses Thema Zukunftsoptimismus habe ich sehr, sehr stark durch den Leistungssport gelernt. Also was es auch wirklich bedeutet, eine Niederlage auch als Erfolg zu werten und auch aus einer Niederlage einen Erfolg zu machen. Also dieses, ich bin nah dran, aber ich bin nicht da, wo ich sein wollte, so zu bewerten, dass ich mir sage, ich bin fast da. Ich habe es fast geschafft. Das ist schon mal super. Also im Vergleich auch zu anderen, die nachdenken. Und genieße auch den Prozess dahin, weil es ist auch ein Lernprozess. Und das gibt mir nochmal den Schub, auch den letzten Schritt zu. Genau. Aber die Parallele wäre ja dann, jetzt auf die Organisation betrachtet, zu sagen, okay, wir hatten an einer Stelle vielleicht nicht das Ziel erreicht, das wir uns erwünscht haben. Was hat denn gefehlt? Um dann zu der Erkenntnis zu kommen, müssen wir die Mitarbeiter anders ausbilden? Müssen wir vielleicht Mitarbeiter anders zusammensetzen? Müssten wir ihnen andere Möglichkeiten geben, sich selbst einzubringen, damit sie mehr Erfolg haben, mehr intrinsisch motiviert sein, etc., etc.? Ist das so zu sehen? Ja, und jetzt wird es interessant. Du hattest jetzt einen Begriff genannt, einbinden. Und ich glaube, ich habe vorhin über die Konsumentenhaltung gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, wenn wir über neues Arbeiten nachdenken, Menschen wollen eingebunden werden und auch Entscheidungen selbstständig treffen. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenstellhebel für uns als Organisation, auch Menschen frühzeitig in Entscheidungsprozesse mit einzubinden, um am Ende auch mehr Klarheit zu haben. So ist es genauso wie im Leistungssport. Ich weiß, wenn ich heute das und das esse, wenn ich heute das so und so viel trainiere. Die Schokolade. Genau, tut mir nicht gut. Am nächsten Tag so und da einfach mehr Transparenz auch von vornherein schon reinzubringen, ist am Ende nur gewinnbringend für alle. Also auch deutlich zu sagen, siehe jetzt als Führungskraft, wenn wir jetzt den Transfer machen in die Organisation, ich möchte gerne, dass du mitentscheidest. Das ist auch meine Erwartung an dich. Ich will dich auch stärken, dass du das kannst, wenn du es dir nicht zutraust. Und ich möchte mit dir den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen. Genau, ja. Und Menschen generell was zutrauen. So, ich werde immer gefragt, was ist mir am wichtigsten irgendwie in meinem Team? So, und ich sage eigentlich immer mitdenken. So, einfach mal um die Ecke denken. Einfach nicht nur das tun, was irgendwie einem vorgegeben wird, sondern im Gegenteil. Also wir sind in so einer volatilen Arbeitswelt, da kann jeden Tag sonst was passieren. Also wirklich einfach dieses proaktive Mitdenken, was für mich einhergeht, mit dann auch selbst mitgestalten zu können und dementsprechend auch eine Entscheidung zu treffen. Und das nicht, wie wir ja auch schon festgestellt haben, Unternehmen oder Organisationen hingehen und dieses dazulernen und mitmachen wollen, mit 50 abschneiden und sagen, der geht eh bald in Rente. Und der muss ja gar nicht mehr weitergebildet werden. Ich glaube, wir hatten es in einer anderen Folge mal, dass sie berichtet hatte von einem Projekt, das wir vor 15 Jahren gemacht haben, wo die Firma jedem, der 50 wurde, quasi geschenkt hat, dass es keine Zielvereinbarungen mehr gab. Ja, und das ist fatal. Also wenn wir uns jetzt allein mal anschauen mit 50. Also so, als meine Eltern 50 waren, waren sie für mich eh, und sie sind nach wie vor für mich jung geblieben, weil sie sind beide super digital affin, stehen total im Leben, beide einen tollen Job, machen das total gerne und arbeiten bis mindestens 67. So, und das ist gesetzt, ob man dann früher rausgeht, wie auch immer. Aber darüber hinaus, ich lerne so viele Menschen mittlerweile kennen in dem Alter, die sagen, wir haben richtig Bock zu arbeiten. Und ich kann mir total gut vorstellen, nach 67 immer wieder punktuell auch zurückzukommen, weil ich es gerne mache. So, und das, da sollten wir doch hinkommen. Jetzt komme ich wieder zurück auf das Makro-Umfeld Richtung, uns fehlen über 5 Millionen ArbeitnehmerInnen in nicht mal, ja, 10 Jahren. Ja, und auf dem Weg dahin, ja auch schon drei oder vier, ja. Genau, verlieren wir noch welche. So, und das ist ja total konträr, dann solche Angebote nach wie vor zu machen. Ja, jetzt wird es politisch natürlich, jetzt können wir ja gucken, wie machen wir das. Unser Eindruck ist, wenn wir Arbeit attraktiv gestalten, das ist ganz wichtig, die attraktiv zu gestalten für die Menschen, für jeden Menschen. Auch für jede Generation von Menschen. Auch für jede Generation von Menschen. Ja, für alle Menschen, ja. Unser Ansatzpunkt waren die Älteren, aber im Grunde, das haben wir ja heute besprochen, im Grunde geht es um jeden Menschen, egal welchen Alters, egal welcher Orientierung in einer Organisation. Es ist wichtig, dass wir mit jeder Person, vor allem die Führungskräfte, die das umsetzen, diese Gespräche führen. Wo willst du hin? Wo sehen wir dich? Wie helfen wir dir dabei? Wie kannst du da hinkommen? Was sind unsere Pläne auch mit dir? Was kannst du von uns erwarten? Worauf kannst du zählen? Und wo kannst du uns auch challengen? Wo kannst du dann auf uns zukommen und sagen, wir haben das besprochen, jetzt muss das auch passieren. Und so eine intensive Arbeit ist eine anstrengende Führungsarbeit. Auf jeden Fall. Man muss sich auf jede Person einstellen. Es braucht Zeit. Absolut. Und es braucht auch Zutrauen und Transparenz. Genau die Punkte, die wir angesprochen haben heute, die Sie angesprochen haben, und das über alle Generationen hinweg, das wird uns auf der jüngeren Seite helfen, weil wir dann attraktiver werden als Arbeitgeber in der Organisation. Und es wird uns auch da oben helfen in dem oberen Teil der Altersverteilung, wo diese vielen, diese großen Generationen auf einmal aus dem Arbeitsmarkt rausgehen und nur Generationen nachkommen, die halb so stark sind. Aber von den großen Generationen wollen auch noch Leute unterschiedlich, wir wissen es von ungefähr der Hälfte, die weitermachen will, wenn man die Leute kurz vor Rentenalter fragt, vor allem die, die interessante Jobs haben. Und wenn wir Jobs interessant machen können, dann können wir auch Leute länger halten. Und das ist wirklich einer der Schlüssel über Diversität und über Neuland. Das ist ja Neuland für viele Organisationen. Und da kann ich nur sagen, Mut zum Neuen. Probiert es aus, über Diversität, hier Altersdiversität, Leute länger zu halten, um länger auch als Organisation leistungsfähig zu bleiben und überhaupt existieren zu können für manche auch. Absolut. Also ich bin da absolut bei Ihnen und ich fasse es für mich auch nach wie vor und immer noch zusammen, wir müssen einfach ehrlich zueinander sein. So vieles ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie es aktuell dargestellt wird. Es gibt meines Erachtens mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und Diversität ist einfach, wenn Diversität einfach wirklich transparent, ehrlich diskutiert wird, ein absoluter Schlüssel und Treiber von Innovation, um genau dieses Neuland, von dem Sie auch gesprochen haben, zu betreten. Und dafür braucht es einfach Mut, Leichtigkeit, auch mal wieder ein bisschen Spaß und Freude. und vielleicht dieses unternehmensübergreifende Denken, worüber wir auch vorhin gesprochen haben. Darf man daraus interpretieren, dass Unternehmen, die genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, was wir so die letzten paar Minuten diskutiert haben, wenn die das nicht beachten, dass sie dann schneller vom Markt weg sind und auch schneller ihre Mitarbeiter verlieren an die Unternehmen, die sich um solche Fragen kümmern und auch dafür sorgen, transparent zu sein, Mitarbeiter zu motivieren, intrinsisch zu motivieren, um sie ranzuholen, die neue Formen der Arbeitswelt zu schaffen. Das heißt, die Konkurrenz ist gar nicht mehr das Produkt, sondern die Konkurrenz ist, wie stelle ich mich als Unternehmen gegenüber meinen Mitarbeitern auf? Definitiv. Also das sollte es eigentlich schon lange sein. Ich glaube, das rückt immer mehr und mehr in den Vordergrund. Aber definitiv. Also die Antwort ist ganz klar ja. Ja, dann kommen wir hier wieder zu der Antwort auf die Frage, die Herr Professor Dalle gestellt hat. Was müssen die Organisationen tun? Ganz einfach. Sie müssen sich den LWI durchlesen und müssen gucken, was da drin sozusagen erforscht wurde, wie Mitarbeiter sein müssen und müssen sich danach richten. Und einen kleinen Transfer müssen sie noch leisten, weil der LWI ja vor allem auf den Älteren aufgebaut ist. Sie müssen schon überlegen, was bedeutet es eben für Jüngere? Aber was gleich bleibt, die Dimensionen, alles das bleibt gleich, ist die Bedeutung von Führung. Das heißt, es trifft vor allem die Führungskräfte, die diese Art von neuer Organisationskultur und Führungskultur von Vertrauen, von Offenheit, von Transparenz aufbauen, innerhalb der Organisation und auch die Verlässlichkeit bieten. Denn Vertrauen ohne Verlässlichkeit wird es nie geben. Ja, und sich genau über all die Punkte auch sehr, sehr bewusst zu sein, sei es als Individuum oder auch als Organisation. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach noch am Anfang stehen und das ist okay. Aber es ist ein Weg. Und das aber auch ehrlich zu meinen und nicht einfach nur diese Buzzwords zu benutzen und sagen, wir sind... Oder so, ne? Schönes Folien ist der absolute Killer. Ja, schöne Folien ohne dass das Verhalten dem entspricht. Absolute Killer. Liebe Florentina, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das, was wir vorher schon so in unseren Podcast-Reihen besprochen haben, extrem bereichernd. Und ja, ich hoffe, dass viele Unternehmen sich das anhören und dem auch Folge leisten. Absolut. Danke für die Einladung und auch immer wieder als Plädoyer, seid mutig. Eine Produktion der Schöttler-Medien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020